Hallo ihr Füchsen, willkommen zu einer neuen Folge Terraria. In der letzten Folge haben wir uns ein Haus gebaut, haben uns ein bisschen umgeguckt und ja. Sollte es legen, was es eigentlich nicht tun sollte, liegt es daran, dass ich gerade im Hintergrund rende, aber naja, bei mir läuft es gerade flüssig. Von daher sollte es nicht legen. Ja, ähm, oh, ach nee, warum, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, rauschen, geh, danke. So, ich habe eine Kiste besammelt, die könnten wir mal hinstellen. Okay, wie machen wir das? Jetzt so, nee, so, nein, okay. Toll. Stimmt. Ach, komm, wirklich. Ja, ich würde sagen, wir tun unser Geld hier rein, damit wir es nicht verlieren. Und wir mal gucken, ob wir vielleicht noch Kisten oder so hier oben drauf finden und sonst gehen wir einfach in die Höhle. Das sieht ja schon mal gut aus. Ein paar Pfeile, ja, das ist gut. Ähm, ah, das ist wirklich eine Kiste, gut. Und ein Zornlied. Geh mal weg. Geh. Weg. Ach komm, warum so Augen jetzt? Danke. Geh. Wow. Okay, ich finde echt gut, das ist nicht gut. Komm schon. Äh, einfach rausnehmen. Oh, eine Weed-Kapelle. Braugen. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich zurück zum Spawn teleportieren. Die Spawn ist aber noch nicht mehr unser Haus, da wir doch kein Wett haben. Hat er zu Ähnlichkeit mit Minecraft. Wie kann ich das so sagen? Okay. Warum sind hier so viele Gegner? Geh weg. Bitte. Ach, ich bin froh. Ah, gut. Ach, komm, wirklich? Ah, da kommt noch einer. Cool. Da haben wir eigentlich nichts besseres zu tun. Anstatt halt eben die Dinger zu töten. Ja. Ach, da haben wir auch schon mal gekauft. Warum guck ich hier rein? Komm, komm, komm. Nein, bitte. Geh weg. Geh weg. Auwa. Warum so viel Schaden? Auwa. Hey. Geh weg. Geh. Geh. Alle weg. Bitte. Danke. Danke. Was macht's? Ach, du. Danke. Na, beim Wasser. Oh, kreien Pfeile mehr oder was? Okay. So schnell, so viele Pfeile verballert. Okay. Das sieht hier nicht gut. Ach, komm, wirklich? Ach, komm, wirklich? Herzchen, hilf mir. Gut. Ich würde sagen, ich gehe mal... Ach, komm, wirklich, geh weg. Ich will dich wirklich nicht hier haben. So. Schwerst da bin. Ja, was hat er denn bekommen? Nee, eine Fessel. Das ist... Das soll eigentlich sozusagen als Handschellen gelten. Und... Wie... Wie geht er durch eine Abwehr? Und wegen dem Effekt... Ein Prozent mehr Schaden. Das ist doch eigentlich ganz gut. Vor allem wegen der Abwehr. Ja. Da haben wir Kupfer. Kann ich aber schon irgendwas craften? Hm... Sieht nicht so aus. Nee. Okay. Ja, dann craften wir uns, glaube ich, mal. Oh, jetzt Pfeile. Oh, oh. Toll. Einfach zwei Pfeile, komm, wenn wir schon... Keine anderen Pfeile haben. Oh. Gut, jetzt auch. Kommt nie wieder. Ähm, eine Fakke hatte ich doch noch nicht. Nee, okay. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt eben... Holz holen. Und dann mache ich mal einen Fakkel. Ja. Ich lade gerade die erste Folge hoch. Ist auch gleich schon oben. Und vielleicht... Hm... Nur vielleicht lade ich dann das Terrarium-Tag hoch. Also... Also... Ja. So. Gut. Gehen wir mal ein bisschen erkunden. Okay. Hier waren wir schon eigentlich... Wurden dann von diesen komischen... Dingen abge... Abge... Angegriffen. So. Ja. Dann muss ich wieder husten. Hier auch immer. Ähm... Je weg. Oh. So. Oh nein. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Weg, weg. Toll, okay. Toll, okay. Ach. Gut. Ach komm. Nee, dich lasse ich jetzt. Okay. Fakkel-Tausch, nur reden die Eichchen, die braucht man nicht. Leucht's? Oh, das ist gut. Ach komm. Fängt ja schon toll an. Nein, geh weg. Bitte. Oh mein Gott. Da musste Christa... Au. Nein. Geh. Okay. Jetzt hab ich wieder diese Kletterdinger... Oha. Nein. Oha. Komm. Ha. Gut. Jetzt hab ich wieder diese Kletterdinger zu bekommen. Und damit... Das hat jetzt auch einen besonderen Effekt. Und zwar ein Nahkampftempo. Das ist... Perfekt für mich. Denn ich liebe es. Wenn ich schneller angreifen kann. Okay. Ich würd mal sagen... So. Ja. Geht doch. Okay. 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 Weiter geht's. Ach nee, bitte nicht. Okay, ist war knapp. Kopfhahn. Just. Geh weg. Lauf. Ach Gott. Gliedohr. Hat das überhaupt irgendeinmal gebraucht? So, als privaten Spielen? Glaube ich nicht. Ach, komm, geh weg. Das ist doch scheiße. Geh weg. Danke. Wirklich? Äh, Hilfe. Ach, wenn man kann mehr... Wirklich jetzt... Lass mich mal in Ruhe. Danke. Danke. Au. Verdammt. Ach, mal ne Kiste, bitte. Bitte gelungen wirst, was ich auch brauche. Ach, komm. Ich sei jetzt noch freigekommen. Gepanzert. Oh, das ist... Für den Anfang perfekt wussten das. Warum hab ich nicht so viele von diesen Kletterdingern? Das ist jetzt bis zum... Ey, 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 ey. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Denk nicht mal daran. Gut. Mhm. Ich falle runter. Okay, dann. Das ist gut. Kann man bitte diese Welt hier... Wollte ich mich verarschen? Oh, ich habe das Seile. Okay. Das sieht nicht gut aus. Nein! Oh, Mann, oh. Ach, haben wir halt Geld verloren. Ist ja egal. Oh, oh. Ich sehe gerade mal, dass die Aufnahme gleich fertig ist. Also, fertig geändert. Dann kommt wahrscheinlich ein Pop-up. Naja. Okay, egal. Kann ich denn hier rausschneiden? Ja. Ja. So. Ja. Noch ein Kupfer. Ja. Ja. Gut. Ähm, Pilz. Ich könnte auch einfach mal in die andere Richtung, aber... Ach, komm. Jetzt gehe ich einfach mal in so eine Höhle rein. Nicht da drin ist und sterbe. Okay. Und da ist hier so ein Blauschleim. Ach, Blauschleim. Ja, blau. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen anderen besonderen Namen hatte, weil es gibt auch Leute mit... Äh, Leute. Slimes mit besonderem Namen. Okay, hier ist nichts. Gut. Und jetzt komme ich nicht hoch. Gut. Ach, hier gehen wir einfach in die andere Richtung. So. Oh, oh. Ähm. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ähm. Ja. Das ist das P.O. hochgeladen und... Jetzt kann Pappen 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 und... Vollteilt sagen, dass es fertig ist und alles und... Ja. Gut. Gott sei Dank der Terraria ist das schnell hoch. Ja. Ähm. Ja, nochmal Information von meinem Kanal. Ich werde wahrscheinlich mir kein Intro zulegen, weil ich das ein bisschen, naja, nicht wirklich... nötig finde, ja. Brauche ich nicht wirklich. Falls ihr mir eins machen wollt, könnt ihr es machen. Und das benutze ich dann natürlich auch, aber... Eigentlich brauche ich keins, also müsst ihr nichts machen, bitte. Das wäre nett. Ob ich denn schon wieder so viele Pfeile her... Ich habe mir doch nur fünf gecraftet. Na, okay. Da unten war ich ja schon drin, oder nicht? Nee. Okay. Ach komm, warum so viel Wasser? Ähm, ja. Gott sei Dank habe ich dieses Ding hier. Ach, wirklich. Ach gut, lass mich in Ruhe, bitte. Ähm, witz zu. Ha. Okay, warum auch immer so viele da sind. Ach Gott. Ach Gott, warum? Geh weg. Hab diesen coolen Bogen. Danke. So, da ist noch Kupfer. Oh Gott. Okay. Geh weg. Ach, schon gekämpft werden sie alle. Gott. Den unten lassen wir Slime sein und ertrinken. Gut. Ich brauche... Ich brauche... Ah, gut. So, warum der Baum nicht auseinanderfällt, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass da hin und wieder kleine Gebäude drin sind und dann drin sind Kisten und all so Zeugs. Was sind das eigentlich für Dinge? Flying Fish? Ernsthaft? Toll. Wirklich. Okay, ein Moment. Gut. Alles Kupfer. Gut. Weiter geht's. Jo. Ja. Das ist gut. Ich habe noch drei Spuriken, das ist überhaupt nicht mehr gut, okay. Okay, das Kupfer lasse ich mir jetzt nochmal da liegen, weil das ist auch ein bisschen langweilig. So. Jupp. Gibt's hier noch irgendwie... Nee, na toll. Ich brauche mal wieder Kisten mit vernünftigen Sachen und nicht immer diese Kletterausrüstung. Die sind zwar gut, aber... Naja. Die brauche ich jetzt nicht. So oft. Naja, egal. Oh-oh. 40 Leben, da toll, wirklich. Ey. Nicht so viel Schaden machen. So. Okay. Was sagt die Karte? Ja. Gut. Wir müssen in der Wüste. Jo. Geht auch nicht rein. Ja, komm, doch nicht. Okay. Fackel. Oh, da auch nicht. Das ist mir zu... Denn... ...dass irgendwie ein bisschen nervig sich hören braucht, braucht man eigentlich überhaupt nicht. Oh Gott. Erschreck mich nicht so. Nein! Nein! Na, die Kiste. Alle ausräumen. Hier, jetzt kann ich das denn gebrauchen. Ja. Ziemlich praktisch. Das sieht irgendwie aus wie der Spawn, ne? So. Warum hab ich das jetzt eigentlich gemacht? Na, egal. Viel Rückweg vielleicht. Oh nein. Bitte geh weg. Flying Fish. Was gibt's denn hier unten? Nichts. Ja. Okay. Da unten leutet was, aber... Das lassen wir jetzt einfach mal leuchten. Ja. Ich frage mich, ob noch irgendwas... Oh mein Gott. Ein Skorpion? Mach der mir Schaden? Mach mal was. Nee, okay. Ach, nö. Ja, das war doch gut. Geh weg. Okay. Okay. Ich will wirklich gerne Kisten finden. So viele es geht am besten. Denn Kisten und Kisten sind immer gut. Egal in welchem Spiel. Egal in welchem Spiel. Ja. Egal in welchem Spiel. Musik. Ich will wirklich mal gut selber gehen. Ja. Kisten. G произош und ich bin da mal die Aufnahme denn die Tübingen und Tübingen und die Tübingen und die Tübingen gut zu uns aus und dann wenn ich die Aufnahme also dann bis zum nächsten Mal Ciao